Ja, lieber Yassi, ich habe wieder die Ehre, stellvertretend für den Fanclub Eintracht inklusiv, dir wieder zu gratulieren. Du bist erneut zum Spieler des Jahres gewählt worden, diesmal aus dem Jahr 2021. Sie hätten dir den Preis sehr gerne selber überreicht, geht aktuell nicht, deswegen übernehme ich das stellvertretend. Ich freue mich sehr, wir haben auch noch eine kleine, extra für dich auch eine Kapitänpinne entworfen und ja, ich freue mich, soll ganz herzlich gratulieren und gehe davon aus, dass das Ding natürlich einen Ehrenplatz bei dir bekommen wird. Ja, natürlich. Erstmal Dankeschön, ich fühle mich natürlich wieder geehrt, das zweite Mal im Feuer, glaube ich. Es macht mich stolz, weiter hart arbeiten zu können oder zu dürfen und zu müssen für den Verein und er bekommt natürlich einen Ehrenplatz bei mir, da wo der andere auch steht, in meiner Sammlung, in meiner großen Sammlung und in diesem Sinne noch mal vielen Dank.